Fertig! 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 Jetzt geht er ein bisschen Nurmela sehr gut Fertig! Jetzt ist er tragemässig mit einem Goal Nichtsdestotrotz Es ist eine gute Zauber Ich wollte sagen Ich mache laut 1-1 Ja, so schnell geht es Schlechter Queerpass Jarko Nurmela Ja Schon viel mehr Zug auf die Goal in diesem Powerplay Es ist langsam warm Tatsächlich Kuppelpass Nurmela Im trockenen Abschluss Erster Posten Jetzt aber eine sehr schöne Freistoßvariante Die war ganz klar abgesprochen Das sieht man Der Gegenspieler Der Gegenspieler Kevin Biby Wo zieht der Ball ins Haus Freistoß für Malanz Wieder ein Freistoß Und ein Goal Roman Fehr Sehr guter Abschluss Das ist das Zuerste Mich hat er Unglaublich Schön Mit Nino Fitsch Heute Gibt mir noch einmal Harry Breilard fängt der Ball sehr gut ab und schon sehr routiniert der Ball in der Reihe. Jetzt verlieren sie leider nicht wieder, aber es hat einige Sekunden gewinnen. Lukas Welten unterscheiden. Die Hunter waren sehr gut gefahren. Den Nadelstich, ich bin überzeugt. Ich habe die Goli bereits rausgenommen. Dennis Bercic, ein sehr gutes Vorchecking. Er hat einen sehr guten Job gemacht. Im Sinne, wo ja. Das war die 8. Breite Freischostreffer im heutigen Spiel. Das war Dennis Bercic. 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 Er hat einen sehr guten Job gemacht. Vielen Dank.